Hallo und herzlich willkommen zu mein Espresso TV. Heute ist wieder Buchtipptag und heute möchte ich euch einen Mann vorstellen bzw. ein Buch vorstellen, das ein Mann geschrieben hat. Dieser Mann ist ein leidenschaftlicher Verkäufer und ich würde sagen, er ist ein Geheimtipp. Und dieser Mann hat sich gesagt, ich schreibe ein Buch über nichts Neues, nämlich über das Verkaufen, das uns ja alle irgendwo umgibt, ständig und jederzeit. Denn wer muss sich nicht in Anführungszeichen verkaufen, im Bewerbungsgespräch oder tatsächlich als Verkäufer, der losgeht und Kopierer verkauft, Versicherungen oder Hypnose-CDs, was auch immer. Und dieser Mann hat es sich nicht leicht gemacht, er hat nämlich gesagt bzw. wollte er etwas einfach machen, genau wie Steve Jobs. Und er hat gesagt, die Leute, die Sachen müssen nicht kompliziert sein, sondern ich möchte sie einfach machen. Und damit hat sich Markus Euler eine Riesenarbeit gemacht, denn er hat gesagt, so, Verkaufen bedeutet Back to Basic, wir machen Verkaufen wieder oder ich mache wieder Verkaufen einfach. Und er hat das Buch auch gleich so genannt, Back to Basic, Verkaufen heute. Darin beschwört er die alten Tugenden, nämlich Fleiß, Ausdauer, Selbstmotivation und ähnliche Dinge. Und er schlägt aber auch den Bogen in die heutige Zeit, wo er sagt, naja, ein Verkäufer ist heute, bewegt sich auch heute in einer sehr aufgeklärten Gesellschaft. Menschen haben viel mehr Vergleichsmöglichkeiten, das heißt, das fordert eine Offenheit vom Verkäufer, die vielleicht nicht jedem angeboren ist, die sich mit diesem Buch aber zumindest schon mal ins Auge fassen lässt und so dem Ganzen auch noch auf die Spur, also so kann man dem Ganzen auch noch auf die Spur kommen. Dann sind in dem Buch eben auch wahnsinnig viele Tipps. Ich stelle bei Meines Presses TV ausschließlich Bücher vor, wenn es nicht gerade Romane sind, in denen auch sehr viele praxisbezogene Tipps sind. Das ist etwas, was mich immer sehr begeistert, die sogenannten Quick-Wins. Und bei Markus Euler werdet ihr da fündig über die Verkaufspräsentation, also immer kleine Tricks und Kniffe, die nicht nur Verkäufer unter euch sicherlich sehr gut gebrauchen können, sondern auch für ganz normale Menschen, in Anführungszeichen, sage ich mal, ist es ein sehr sehr gutes Buch, denn es geht hier auch sehr viel um Kommunikation. Es gibt sogar ein Extrakapitel auch über den Telefonverkauf und auch hier überrascht Markus Euler mit wundervollen Sachen. Den Link zu Amazon gibt es wie immer unter dem Video. Das Buch heißt Back to Basic von Markus Euler und kostet weiß ich nicht wie viel. Eindeutig ein Kauftipp von mir für Verkäufer, die einfach zurück zu ihren Wurzeln wollen, neue Informationen haben wollen über das Verkaufen und über das Gewusstliebe mit vielen, vielen Tipps. In diesem Sinne Back to Basic. Wir sehen uns morgen hier, wenn ihr mögt, wieder bei Meines Presses TV. Tschüss. 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 Tschüss.